Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von holidaycheck.ch sowie Edelweiss Air, Swisscom, IvoLor und Cornercard. Die Holiday Checker sind los. Ab in die Ferien mit Tanja Gutmann und Nina Heinemann. Holiday Check gibt den grossen Ferientest. Wir checken Ihre Feriendestination auf. Preis-Leistung auf Erholungswert. Ihr wollt Sport, Fun und Action? Wir wissen, was es da gibt. Die Holiday Checker – der grosse Ferientest. Wir checken das aus für Sie. Heute bei Die Holiday Checker. Nina versucht sich als Tabacero. Und segeln auf Karibischer See. Das Hacken ist am Anfang recht schwierig. Du musst aufstehen, das Gleichgewicht halten und drehen. Wow, go, 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 go. Sitze. Unsere beiden Holiday Checker. Ein starkes Team. Flughafen Zürich. Letzte Reisevorbereitung vor dem Abflug. Ich lade mir jetzt noch schnell ein Datenpaket für mein Internet runter, denn manchmal hat man im Ausland kein WLAN zur Verfügung. Und da ist so ein Datenpaket natürlich optimal. Da hat man die volle Kostenkontrolle. So, fertig. Die Holiday Checker sind komplett. Auf geht's in die Dominikanische Republik. Bei Tanja weckt dieses Reiseziel Erinnerungen. Wenn ich an die Dominikanische Republik denke, dann kommt mir die allererste Ferien mit der ganzen Familie in Sinn. Merengen, viele kleine Männer, wo wir bis hierher gekommen sind. Und mein Vater, der mir für eine Garete Kokosnüsse verkaufen wollte. In zehn Flugstunden erreichen Tanja und Nina eine der beliebtesten Destinationen im Herzen der Karibik. Ankunft in Punta Cana bei tropischen 30 Grad. Ohne Mietauto geht hier gar nichts. Der Inselstaat ist etwa so groß wie die Schweiz. Und die beiden wollen viel entdecken. Herrliche Karibikstrände, unberührte und menschenleere Küsten, Weltkulturerbe Ciudad Colonial in Santo Domingo und die karibische Lebensart. Die Dominikanische Republik ist ein facettenreiches Land. In der Hauptstadt begibt sich Nina in den Dunstkreis einer weltberühmten dominikanischen Tradition. Diese Statue zeigt Cristobal Colon, bei uns besser bekannt als Christoph Kolumbus. Denn er war anscheinend der erste Europäer, der im 15. Jahrhundert mit Tabak in Berührung kam. Tabak ist genau mein Stichwort, denn ich treffe jetzt Miguel, der mir zeigt, wie so eine Zigarre überhaupt gemacht wird, was man dafür braucht und wie man eine gute von einer schlechten unterscheidet. Neugier trifft auf 16 Jahre Erfahrung. Hallo, Miguel. Hallo, wie geht es dir? Nina. Mein Prazer, Miguel. Wie geht es dir? Mein Prazer auch. Willkommen zu der Domitil del Pomodoro. Danke. Ich sehe, dass es viele Zigarre gibt. Ja, wir haben wahrscheinlich die beste Selektion von Dominikaner Zigarren im Land. Okay. Aber das ist das letzte Produkt, nicht wahr? Genau. Kannst du mir zeigen, wie es gemacht wird? Wir sind glücklich, dass es so ist. Wir sind eine Faktorenstelle, also ich zeige dir unsere Faktoren. Perfekt, danke. Okay, los geht's. Mich interessiert alles. Wirklich alles. Wie, was, wo. Was sind gute Zigarren, was sind schlechte? Wie unterscheidet man die? Kann man das riechen, kann man das schmecken? Okay, Nina. Yes. Like I said in the store, we're going to bring you to the place where everything starts. Yes. First thing, all the leaves come from the farm. First thing, they're picked and they're aged from four to five years, depending on the kind of tobacco they're drying. And they come to these rooms where they make a selection of the leaves before they give them to the rollers. You know, cigars are composed by five different leaves. First, you have three that compose the filler. That's the one that gives you the strand, the taste and the smell of the cigar. Okay. Then you have a fourth, which is called binder. It's the strongest and it holds them together. And then you have this one, which is called the wrapper. After that, they go to the rollers. And I'll show you that upstairs. Okay, let's go to the rollers. Okay, let's go to the rollers. Die Zigarrenroller werden hierzulande babakeros genannt. Hey Nina, so, like I said, this is the next step. This is Franklin, our master blender. A cigar, they're all made the same way. What you have differences is the blend. That blend is made of how much of each part he uses on them. And he's using always the same amount for every single cigar? The same amount on quantity, but with different proportions for every brand of cigar. The difference between a hand-made cigar and a machine-like made is that the hand-made cigar is made of the whole piece. And machine-like made of cigar are made of different pieces and they're not so good. Cut them and they go to the molds. After that, he's going to go to the finishing process, which is the wrappering. He's always smoking. Always smoking. So how many cigars can he make in a day? He can make up to 300, 250 cigars a day. He? How long? Yeah, depending on the size he's making. Okay, and how do you smell it? Just like this? There you will be smelling only the wrapper. Okay. Smell it. Okay, it's a nice smelling wrapper, but the way to smell a cigar will be this. Oh. Well, it smells very smooth, soft. Für eine Europäerin ist Nina ziemlich geschickt, aber das Rollen geht nicht ohne Hilfe des Meisters. Tabaquero ist ein Lehrberuf und erst nach einem Jahr beherrscht man dieses Handwerk. Er ist halt Profi und ich bin absoluter Laie. Ninas erste handgerollte Zigarre. Geschafft. Guck mal. Guck mal. Das ist wirklich eine Handarbeit, die sehr viel Feinmotorik braucht und das kann man nicht so mal eben machen, aber ich bin sehr stolz drauf. Guck mal. Während sich Nina schon auf ihre Verkostung freut, macht sich Tanja, 150 Kilometer entfernt, auf zum Hotelcheck an der Südküste der Insel. Ich bin hier in Baja Jibbe und besuche jetzt das Hotel Grand Dominicus. Das ist ein Hotel, das Wert auf die Umwelt legt. Seit fünf Jahren der Gewinner von The Blue Flag. Das ist eine Öko-Auszeichnung, die gar nicht einfach zu bekommen und zu erhalten ist. Es gibt sehr viele Kritikpunkte, die erfüllt werden müssen. Ich vermiete sie mit dem Personalverantwortlichen und möchte das ein bisschen genauer anschauen. Are you Angie? Yeah, it's me. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to Hotel Catalonia Grand Dominicus. I'm looking forward to seeing more of your hotel. Let's go. Das Vier-Sterne-Resort empfängt den Gast mit einer wunderschön angelegten Palmenallee, die direkt zum riesigen Pool führt. Aber die Gäste kommen vor allem wegen des bezaubernden karibischen Sandstrands. Wow. What a color. It's beautiful. Beeindruckend. Türkisfarbenes Meer und feinster, sauberer Sand. Kriterien, wenn man mit der blauen Flagge ausgezeichnet werden will. Sand ist wirklich extrem gut. Ja. Und wirklich clean. Ja, wir versuchen alles sehr clean zu halten. Die Wasser und auch die Sand. Schau, hier haben wir die blauen Flagge. Ah, hier ist es. Hier ist es. Sehr schön. Jetzt bin ich auf vacation. So, you've been awarded the blue flag. What does this mean to you? Yeah, for us the cleanness of the beach is the most important. All the clients came here to the Caribe just for the beach. Do they make kind of controls during the season? Yes, they take a sample of the water and they do the chemical test. That means that the water is totally clean. Ein Gütesiegel des Gran Dominicus ist Tanja besonders aufgefallen. I've seen that sign about the fifth time now. Etwas, was wirklich für mich auch hier raussticht, ist, dass das Hotel Raustur gängig ist. Und dass sie spezielle Zimmer haben auch für Leute in Raustur. Das zeigt für mich auch den Charakter vom Hotel. Selbstgerollt schmeckt's am besten? Naja, in Sachen Zigarrenrollen hat Franklin einen leichten Vorsprung. 28 Jahre Erfahrung gegen 20 Minuten Zukunft. Das ist nur einer von drei Lagerräumen der Boutique del Fumador. Oh wow! This is one of our aging rooms. And how many cigars are in here? Here's about a half a million. Half a million? Oh wow! Exactly. All those leaves are more humid than normal so they have to go to the aging process to get dry up to the perfect point. And to allow the five different leaves that I showed you to make the blend that we as a factory want. So does that mean the longer they age, the dearer they are? Probably the better, but you have a graded cigar. It's not the same, a whiskey, an eight-year-old or a twenty-one-year-old. Yeah. Probably the eight-year-old is a good whiskey, but you can't compare it to the twenty-one. The best cigar in the world is the one you like. Cigars are personal, the taste is personal, the feeling is so personal. So the best cigar in the world is the one you like. Ob Nina die beste Zigarre der Welt findet? So, und in der Zeit, wo er für mich ein paar Zigarren raussucht, lade ich nochmal das Foto hoch. Ich habe nämlich noch ein bisschen Restguthaben in meinem Datentag. Sie wird rauchen, genießen und vergleichen. Okay Nina, I made a selection for you. So there's all kinds of cigars we made. Between the cigars, there's a difference between mild and full-bodied cigars. That's the big difference anywhere. Okay, I'm scared about full-bodied. Don't worry, we'll give you a kick, but not that much. Den Brandy schmecke ich zwar nicht, aber der schmeckt nochmal komplett anders als das, was ich vorhin geraucht habe. Diese ist jetzt beim Binder am vierten Blatt mit Rum getränkt. Nur das Beste für heute. Vom Besten zum Stärksten. Die Kaoba Dark. Eine Full-Body-Zigarre. Okay, das ist jetzt eine ganz spezielle Mischung und er sagt mir, dass ich rausfinde, was so speziell daran ist. Um die Zigarren richtig schmecken zu können, hat Nina vor jeder Kostprobe einen Schluck schwarzen Kaffee getrunken. Ob der die Geschmacksknuspen wirklich reinigt? Ich finde, es schmeckt süß. Es ist ein bisschen wie Cocoa. Du hast eine spezielle Mischung gefunden. Ist es? Ich war überraschend, dass sie so schnell herausfindet. In der zweiten Part, weil es so stark ist, wie Zigarren. Normalerweise dauern die Beginner ein bisschen Zeit, um alle speziellen Flavoren zu finden. Für Nina die beste Zigarre der Welt. Eine Kaoba Oro. Stückpreis vier Franken. Danke. Ich hoffe, dass du deine Zigarren gehst. Ich werde auch. Danke. Bye. Ein großartiges Erlebnis, was ich jedem nur ans Herz legen kann, ist die Boutique Del Formador zu besuchen, sich die Zigarrenkunst etwas näher bringen zu lassen und schlussendlich auch seine eigene, persönlich am besten schmeckende Zigarre zu finden. Von der vielleicht besten Zigarre der Welt in die wohl grünste Hotelanlage der Dominikanischen Republik. 23 Gärtner arbeiten tagtäglich im Garten des Gran Dominicus und kultivieren damit ein tropisches Paradies für die Hotelgäste. Wenn du zum ersten Mal in diesen Garten reinkommst, das hält dich gerade weg. Das ist wirklich wie in einer komplett anderen Welt. Es ist extrem ruhig, man hört Vögel, man fühlt sich in der Natur, es riecht nach Blumen. Du kannst hier einfach total abschalten und tanken. According to the holiday check ratings, people love your garden and now understand why. What about the water? I mean, this garden needs a lot of water. We have a special program for the water, that means that we recycle the water. So we don't waste the natural one and we use the recycle. Die Aussenanlage ist top, doch wie sieht's in den über 300 Standardzimmern aus? Sie legen extrem viel Wert auf Nachhaltigkeit und Sauberkeit hier im Hotel. Ob das im Zimmer auch so ist, das kann ich jetzt schauen, denn wenn es etwas zu bemängeln gab bei den Hotelbewärtungen, ist es eben Sauberkeit im Zimmer. So, this is a room. There is space. And here we have the bathroom. Verglichen mit dem grossen Schlafzimmer ist das Bad mit 6 Quadratmetern eher klein. So, jetzt sieht es hier ein bisschen alt aus. What about the ecological commitment in the rooms? Our policy is to change the towel every third day and also the sheets. And, as you can see, we don't have hot tubs, because the hot tub wastes a lot of water. And with the shower, we just take care of the waste of water. Pro! Umwelt finde ich super. Fehlt noch der Check im Schlafzimmer. Also, ich finde, sauber sieht es aus, aber es wirkt einfach alles ein bisschen alt. Möbel sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ah, bequem ist es. Hey, und das Schönste, am Morgen früh aufwachen, der erste Blick, ab in den Garten. Der Hauptfokus des heutigen Check war, die Nachhaltigkeit und auch die Sauberkeit. Und diese Punkte sind für mich beide erfüllt. Das Hotel Grand Dominicus hat vielleicht nicht die schönsten Zimmer, aber garantiert einen der schönsten Gärten. und ich kann es allen weiterempfehlen, die einfach relaxen und sich erholen wollen. Und eines der absoluten Highlights ist der Sonoma. Wussten Sie schon, dass es in der Dominikanischen Republik einen Halbedelstein gibt, der weltweit nur zweimal vorkommt? Es ist der Larimar. 1974 im Süden der Insel gefunden, verdankt der Larimar seinen klingenden Namen, seinen Entdecker. Laut einer Legende soll der blaue Stein aus dem sagenhaften Atlantis kommen. Und wird deswegen auch Atlantisstein genannt. Die Dominikaner nennen ihn schlichtweg Nationalstein und sind stolz auf ihren Larimar. I love when I see the jury like this. Rund 50 Franken kostet diese blaue Erinnerung an die Dominikanische Republik. Ein neuer Tag am Karibischen Meer. Zeit für einen nächsten gemeinsamen Check. Nina und Tanja sind auf dem Weg zu einem spannenden und herausfordernden Abenteuer. Wir segeln jetzt auf und davon oder versuchen es zumindest und machen einen Kurs in der Escuela de Vela. Das ist in Casa de Gampo in der Nähe der Romana. Und das ist eine der besten Segelschulen, die es im karibischen Raum gibt. Ja und die Monika, unsere Segellehrerin, hat uns ein sehr sportliches Tagesziegel setzt. Sie sagt nämlich, dass wir heute schon alleine zusammen ein Boot steuern können um eine Boje. Ich weiss nicht. Das packen wir. Wir werden es beweisen. Wir haben uns heute für den Schnupperkurs entschieden. Der kostet 80 Franken, Pi mal Daumen. Aber sie empfehlen uns, dass wir heute für den Schnupperkurs entschieden haben. Wir haben uns heute für den Schnupperkurs entschieden. Der kostet 80 Franken Pi mal Daumen. Aber sie empfiehlt natürlich am besten eine ganze Woche zu buchen. Die kostet dann ungefähr 350 Franken. Auf zum Trainingsgerät. So, this is the boat. Okay, it's quite huge. A beginner's boat. Sieben Meter dreißig lang, um genau zu sein. Doch keine Bange. Erst wird trocken geübt. Und jetzt starten wir mit dem ersten Knut. Das ist eine sehr wichtige Knut. Okay. Ja, klar. Ja, klar. Ja, kein Problem. Ja, wir haben es. Ja, wir haben es. Keine Probleme. Der zweite. So, du kannst jetzt versuchen. Okay. Okay. So. First of all. Now I got it. Okay. Going through. No. 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 Turn it around here and go through. Is that right? No. No. Hey Freunde. Das ist schon mal ein Knüppel. So. Aber nicht der, den man haben muss. Ich finde das Tagestil, den wir hier haben, echt sportlich. Bis jetzt haben wir gerade mal in einer Viertelstunde gelernt, einen Knoten zu machen. Ich glaube nicht, dass das das einzige ist, was wir lernen müssen. So, this is your position. When you want to tug, you must communicate to the crew. So, ready to tug. Tuck is? Tuck is when you change your direction. Und wenn du den Wind übernommen hast... Bereit für den Tach? Nein. Die Tachlö. Bereit für den Tachlö. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Mach's so. Los geht's. Los geht's. Los geht's. So das bedeutet, dass wir alle in ihren Handen sind? Ich bin der Boss. Das bedeutet, ich bin der Boss. Ich. Gleich, Mina und Tanja als karibische Piraten im Kielwasser von Captain Jack Sparrow. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von holidayjack.ch sowie edelweissair, Swisscom, eFollower und Cornercard. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von holidayjack.ch sowie edelweissair, Swisscom, eFollower und Cornercard. Los geht's, raus in die karibische See. Um das Segelschiff zu steuern, ist Teamgeist gefragt. Ich habe mich sicher verläuft, Nina. Ich glaube, wenn die Wäueln höher werden oder es eine Brändel wird, dann hat sie so eine Kacki-Dose. Genau wie ich. Und darum werden wir zusammen spannen und einfach das Beste geben. So, up. Totally up. Up. Okay, very good. Jetzt wäueln sie wenigstens nicht mehr so. Hey, mich schon langsam aufs Laugort im Magen. Jetzt geht's zur Sache. Okay, ready to tuck? Yes. Ready. Go. Go, 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 go. No, no, no. Look, no. Das segel ist ja nicht rübergekommen. Okay, now, now, now. Look, look, be careful. Okay, loose, loose. And pull the other one. Okay, girls. Perfect. Go, go, go. Pull, 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 pull. Ready to tuck? Ready. Okay. Okay. Go. Go, go, go. You are in ... No. Das Hecken selber ist am Anfang recht schwierig. Du musst vorne schauen, du musst aber auch das Segel im Blick haben. Dann musst du aufstehen, das Gleichgewicht halten und drehen, schauen, dass das Segel wieder steuern kann und dann eine Position finden. Das ist ein Ablauf, den du immer und immer wieder machen musst. Und dann mit der Zeit geht's. Ready. Ready. Tag heißt Wende. Nina und Tanja werden mit jedem Tag einen Tick besser. But always check the bow, always. Okay? Yes, better. Nina und Tanja sind drauf und dran, die Karibische See zu bezwingen. Die Holiday Checker. Ein starkes Team. Ready to tuck? Now, go, 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 go. Sit and stop the run. Wir sind schon so ein guter Team. Okay. Sollte man auf jeden Fall mal machen, vor allen Dingen in der Karibik, wo die Luft schön warm ist, wo die Sonne da ist, wo man einfach auch dieses Ambiente hat, um Segeln zu lernen, sollte man es auf jeden Fall ausprobieren. Und ich glaube, wir kriegen es in Europa auch nirgendwo günstiger. Die Tagesziel, das Schiff alleine um eine Boje zu steuern, steht nichts mehr im Wege. Oder doch? Ja, aber dann kann ich nicht segeln, dann schaue ich auch noch mal vor. Bin ich noch nicht grün im Gesicht? Also ich habe den Boot in Ägypten, weil man auch fast alle sicker sind. Ich kann wirklich nicht zurück. Es wird mir richtig schlecht. Mir tut es wahnsinnig leid für Tanja, dass es ihr so schlecht geht und dass sie den Naturgewalten nicht trotzen konnte und deswegen will ich jetzt zurückfahren, aber ich kann es voll und ganz verstehen. Ja, es ist wirklich cool gewesen. Ich hätte jetzt gerne noch weiter gesegelt bis zum Sonnenuntergang und so weiter und so fort. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich einfach ein Tablett mit. Rückfahrt in den sicheren Hafen. Der Siegelkurs in der Karibik bleibt unvergesslich. Machen Sie mit bei unserem grossen Holiday Checker Wettbewerb und gewöhnen Sie Reisegutsche von Holiday Check, Flüge von Edelweiss Air, iPads von Swisscom, Fotobücher von Ivorlor und Easy Travel Karten von Cornercard. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie unter www.holidaychecker.ch. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Holidaycheck.ch sowie Edelweiss Air, Swisscom, Ivorlor und Cornercard. Das sind die